So, und dann haben wir ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, in der heutigen Episode des Gold- und Silbertalks schauen wir uns natürlich mal wieder an, was es so an neuen Münzen jetzt aktuell so auf dem Markt gibt. Wir sehen uns natürlich auch immer, wie immer, die Preise an von Gold und auch von Silber und gucken uns an, was es da so heute und die letzten Tage gegeben hat. Und ganz speziell möchte ich mit euch heute gerne nochmal drüber sprechen. Hat mir nämlich auch jemand in die Kommentare geschrieben, was ich auch einen super interessanten Kommentar fand. Und wo ich mir auch gedacht habe, dass ich dazu auf jeden Fall auch mal ein Video machen sollte. Und zwar ist das das Problem mit Silber und Kupfer, beziehungsweise das Problem mit der Verbindung der beiden. Dass es aktuell eben so ist, dass es das eine nicht wirklich unter das andere gibt. Und ja, was da dran denn dran ist, dass wenn die Kupferproduktion steigt, dann auch automatisch Silber die Produktion steigt und dann eben der Preis wieder runter gehen müsste, weil dann eben mehr Silber auf dem Markt ist. Wir schauen uns an, was da dran ist. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man beachten muss und die nicht so ganz so einfach sind, wie man sich zuerst denkt. Und ein paar Sachen, die auch einfach nicht hinhauen von der Überlegung her, wie Minen funktionieren. Und ja, ich denke mal, das wird ein sehr interessantes Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, wir starten auch. Wir starten zuerst mal natürlich mit dem, das ich heute mitgebracht habe. Da habe ich hier zuerst mal eine Unze Gold Krügerrand aus dem Jahre 1980 mitgebracht. Sehr, sehr schöne Münze meiner Ansicht nach. Ist natürlich eine Münze, die immer gleich aussieht. Ja, muss man wissen, ob man das will. Und noch die Sache mit dem Rotgold. Wie gesagt, gefällt manchen nicht so super gut. Aber ich finde es in Ordnung. Und unter vielem Licht, wie zum Beispiel diesem Licht hier im Studio, sieht man das Rotgold auch überhaupt nicht. Wenn man sie jetzt allerdings in normales Tageslicht halten würde, würde die Münze tatsächlich sehr rot aussehen. Hier allerdings nicht. Ja, würde ich sagen, wir machen auch gleich weiter. Ich habe hier mitgebracht ein 250 Gramm Umicor Feinsilbergussbarren. Ist ein normaler Silberbarren, das heißt kein Münzbarren. Heißt, normalerweise müsste man da Steuer drauf zahlen. Wenn man die allerdings von einem Händler zurückkauft, der die Mehrwertsteuer vorher, also beim Ankauf von diesem Barren, beim Wiederankauf, nicht gezahlt hat. Und dann so ehrlich ist und sie auch tatsächlich dann wieder ohne Mehrwertsteuer weiterverkauft, was die meisten nicht sind. Und dann kann man die auch für den normalen Münzbarrenpreis bekommen, was eine coole Sache ist. Und da freue ich mich auch jedes Mal. Und dementsprechend, also 19% habe ich natürlich da nicht drauf gezahlt. Dann geht es weiter mit der 2017er Ausführung des Australian Kookaburra. Wirklich sehr, sehr schöne Münze. Hat mir auch damals, als diese hier rausgekommen ist, sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich auch ein paar von mir gefällt das Design prinzipiell mit den zwei Kookaburras, die da auf dem, was ist das wahrscheinlich, irgendeinem Lattenzaun oder sowas sitzen. Fand ich sehr schön. Und als letztes habe ich auch noch mitgebracht eine Unze 2021er White Line of Mortimer in Platin. Und ja, auch das ist eine sehr schöne Münze. Hatte ich ja mal ein Unboxing drüber gemacht. Das Unboxing ist jetzt nicht unbedingt gut gelaufen. Aber für die Leute, die das deswegen noch nicht gesehen haben, hier auf jeden Fall auch diese Münze. Sehr, sehr schöne Münze. Kann ich auch nur wirklich empfehlen. Und natürlich ist die Queen's Beasts Serie auch tendenziell eine der Serien, die mir sehr, sehr gut gefallen. Weiter geht es mit den Neuerscheinungen. Ja, kommt aktuell nicht super viel raus. Ich habe heute wieder euch nur eine Münze mitgebracht, weil ich ansonsten nicht so wirklich gefunden habe, was mich auch selber interessieren würde. Und was auch irgendwie Sinn macht, vielleicht zu kaufen. Deswegen, ja, blende ich jetzt hier die Münze ein. Sehr, sehr schöne Münze, definitiv. Das ist die zwei Unzen High Relief Variante der Australian Drachen oder auch Australian Dragon Serie von der Perthment. Habt ihr ja wahrscheinlich schon in der einen Unzen Variante, in der normalen Variante gesehen. Die habe ich auch mitbestellt. Das hier ist die Variante, die eben sehr ähnlich ist dem Wedged Held Eagle, den ich mir jetzt neulich gekauft habe. Also die kommt auch in so einer schwarzen Schatulle. Ist natürlich vom Designer komplett anders. Ich meine, das ist logisch. Und ich meine, die hat auch so eine Auflage von 2500 Stück. Kostet auch 150 Euro. Bei den meisten Ländern vielleicht kann man sie irgendwo günstiger bekommen. Aber ich habe es jetzt nirgendwo gesehen. Und ja, sehr schöne Münze. Wem sowas gefällt, kann man auf jeden Fall gut machen. Ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt machen werde. Mal gucken, vielleicht. Aber ich denke mal, das sehen wir dann auch. Würde sagen, wir werfen auch noch einen kurzen Blick auf die Preise dann. Blende ich jetzt hier gerade mal Silber ein. Ist heute ein bisschen gestiegen. Ja, 0,5 Prozent. Gab es zwischenzeitlich mal so einen komischen Abfall, der direkt wieder dann hoch gestiegen ist. Sonderbare Geschichte. Aber gut, Gold- und Silberpreise kann man sowieso nicht wirklich mit Logik dran gehen. Ja, wie gesagt. Gold blende ich euch jetzt hier auch mal ein. Ist heute ganz, ganz, ganz leicht runtergegangen. Ich würde es eigentlich als gleich geblieben einstufen. Aber ich glaube, es sind 0,07 Prozent oder sowas. Und ja, das kann man nicht wirklich Gefallen nennen. Zwischenzeitlich auch diesen komischen Absturz. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Aber war offenbar nicht relevant. Denn es ist direkt wieder hochgegangen. Dann würde ich sagen, wir kommen auch direkt zum Kernthema. Worum geht es also bei der ganzen Geschichte eigentlich? Also, es geht eigentlich prinzipiell darum, dass Silber ein Hauptnebenerzeugnis eben von der Kupferproduktion ist. Von der Kupfer, vom Kupferabbau ist. Und das stimmt auch. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist auf jeden Fall richtig. Das meiste Silber, also ich würde mal jetzt sagen, schätzungsweise vermutlich mehr als 70 Prozent des aus der Erde geholten Silbers kommt aus, also kommt als Nebenerzeugnis aus der Kupferproduktion raus. Vielleicht auch noch ein Teil Nickel und dann auch noch Gold. Aber letztendlich sehr, sehr viel von der Kupferproduktion, weil es da eben nun mal so ist, dass dort viele Silbererze in Form von Silbersulfiden oder sonst irgendeinem chemischen Krempel eben beim Kupfer mit dabei hocken. Hat wahrscheinlich irgendwelche geologischen Aspekte mit drin. Vermutlich liegt es daran, weil Silber und Kupfer einen ähnlichen Schmelzpunkt, eine ähnliche Dichte haben. Würde ich jetzt mal so tippen, dass sie sich dann auch irgendwie gleich ablagern. Aber was weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich jetzt auch nicht super krass viel. Aber wen das interessiert, das wäre so meine Vermutung dazu, gibt es wahrscheinlich auch eine Bestätigung für irgendwie, also für das, was eben richtig ist, nicht für meine Vermutung jetzt. Aber letztendlich, das ist eben das, worum es tendenziell geht, dass eben die Silberproduktion sehr, sehr eng mit der Kupferproduktion zu tun hat. Und das ist auch absolut korrekt. Und jetzt ist eben die Frage, die sich viele stellen und auch den logischen Schluss, den manche ziehen, was auch logisch gesehen eigentlich so korrekt ist, ist, dass wenn jetzt der Kupferpreis steigt, was er ja die letzte Zeit so getan hat, also er ist eher jetzt mal flach geblieben, aber was er vorher getan hat und was er vermutlich auch in Zukunft weiter tun wird, vermutlich, weiß man nicht, dann wäre es natürlich logischerweise so, theoretisch, sehr theoretisch, dass damit, dass dann die Kupferproduktion weiter angekurbelt wird, dass dann auch die Silberpreise wieder fallen, weil auch mehr Silber mit hochgeholt wird, obwohl gar nicht unbedingt mehr Silber nachgefragt wird. Da gibt es allerdings einen ganzen Haufen Sachen, über die man sprechen muss, die das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen widerlegen, aber die auf jeden Fall einen großen Teil dazu beitragen, dass das jetzt nicht so ganz so hinkommt, wie das viele Leute ausdrücken. Und wichtig dabei ist erstmal zu verstehen, dass eine Mine, die Kupfer fördert, primär, denn keine dieser Minen fördert Silber primär. Selbst der größte Silberproduzent, den wir auf der Welt aktuell haben, was immer noch Mexiko ist, mit 4.500 Tonnen im Jahr, die fördert auch primär Kupfer, weil aus denselben Minen, aus denen diese 4.500 Tonnen Silber ungefähr kommen, oder vielleicht auch 4.000 nur, aus denen kommen auch fast eine Million Tonnen Kupfer. Und das sind wesentlich mehr als zwei Drittel dann von der gesamten Produktion dort. Das heißt, Silber ist immerhin nur noch ein Nebenprodukt. Und ja, das ist die einzige Mine auch tatsächlich, wo wahrscheinlich auch aktiv dem Silber hinterhergegangen wird und es nicht nur einfach mit hochgeholt wird und dann eben nicht wieder reingeschmissen wird. So. Aber ansonsten ist das nicht so. Ja, wir haben zum Beispiel Chile, ist auch ein sehr, sehr großer Silberproduzent, auch über 3.000 Tonnen, meines Wissens nach, könnten auch nur zwei sein, aber auf jeden Fall auch ein sehr großer Silberproduzent. Da haben wir allerdings auch die kleine Problematik, würde ich sagen, dass dort eben auch sechs Millionen Tonnen Kupfer gefördert werden. Das heißt, von diesen 50 Milliarden Euro, die dort eben in Kupfer umgesetzt werden, sind dann eben nur so, weiß ich nicht, zwei Milliarden vielleicht Silber. Da geht keiner hin und sucht extra nach dem Silber. Es geht dort ums Kupfer. Das heißt, selbst wenn der Kupferpreis steigt und die Kupferminen mehr anfangen würden, Kupfer zu fördern, wo ich euch gleich noch was zu sage, warum das auch nicht wirklich der Fall ist, dann wäre es so, dass das Kupfer gefördert wird. Ja, es geht da nur um das Kupfer. Das Silber wird als Nebenprodukt mitgefördert. Das heißt, wenn es jetzt da zufällig gerade mal kein Silber gibt, dann kommt auch kein Silber mit raus. Wenn es da jetzt Silber gibt, dann kommt natürlich Silber mit, weil die es nicht wieder reinschmeißen. Das wäre ja auch total dämlich. Aber essentiell ist, es geht in diesen Minen nicht um Silber. Es geht um Kupfer. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, dass automatisch deswegen Silberpreise steigen, nein, es fallen nur die Silberpreise dann, wenn dann auch tatsächlich Silber in großen Mengen dort gefunden wird, was überhaupt nicht gesagt ist. Weil natürlich Silber schon nicht immer nur bei Kupfer rumliegt. Und es wird in dieser Mine keiner versuchen, Silber zu fördern aktiv. Das findet nicht statt. Vielleicht da in Mexiko, ja. Aber die fördern sowieso aktiv Silber schon. Und da in Chile beispielsweise, wo das Hauptaugenmerk auf dem Kupfer liegt, wird keiner hingehen und sagen, hey, wir sollten mal nach dem Silber gucken. Wenn das Silber gerade überhaupt nicht gestiegen ist, macht das nämlich auch überhaupt keinen Sinn. Aber prinzipiell macht diese ganze Preiskuckerei-Sache für Minen prinzipiell überhaupt gar keinen Sinn. Weil Minen natürlich komplett anders funktionieren, als jetzt zum Beispiel, Leute, nur mal prinzipiell. Es ist ein absolut logischer Gedanke. Finde ich auch. Habe ich auch am Anfang so gedacht. Aber dann habe ich mich halt näher damit beschäftigt. Und da kommt man mit der Zeit drauf, dass das halt einfach nicht hinkommt so. Weil es einfach so ist, dass Minen ja keine Spekulanten sind. Die horten ja das Zeug nicht, um es dann für den besten Preis wieder rauszuhauen. Minen sind für die Förderung von Gold und Silber da. Also Gold und Silberminen, ja. Oder eben Kupfer. Oder eben Nickel. Oder was weiß ich sonst noch, ja. Und die fördern das Zeug, weil sie damit jetzt in diesem Moment Profit machen wollen. Für die sind die Preise vollkommen irrelevant. Im Gegenteil eher noch, wenn die Kupferpreise jetzt beispielsweise geringer wären, müssten die Minen wesentlich mehr fördern, um ihre Kosten laufend zu decken und einen guten Profit zu machen. Das heißt, eigentlich würde die Produktion von Kupferminen eher erhöht werden müssen, wenn der Preis fällt. Das ist jetzt auch nicht so. Ja, muss ich ganz klar so sagen. Aber eigentlich müsste es so sein. Prinzipiell funktionieren Minen folgendermaßen. Wenn ein Vorkommen gefunden wird, wird das abgebaut. Vollkommen egal, was für ein Preis jetzt da gerade ist. Und auch, es wird jetzt keiner hingehen, kein Minenbetreiber hingehen und sagen, ja, wir erhöhen jetzt einfach mal unsere Produktionsmittel um das Doppelte, weil gerade die Preise so hoch sind und dann ist einfach nichts mehr im Boden. Ja, dann hat er den ganzen Scheiß angeschafft und was macht er dann damit? Kann er sich in die Ecke stellen. Super. Das funktioniert nicht danach. Es wird ein Vorkommen gefunden, dann wird dafür Produktionsmittel angeschafft oder eben hingebracht, je nachdem, ob es schon zur Verfügung steht oder nicht. Vollkommen unabhängig vom Preis. Und das wird auch dann direkt verkauft. Das hat mit dem Preis an sich von Kupfer nichts zu tun. Die stellen sich jetzt diese 50 Millionen sind es nicht, aber 20 Millionen Tonnen nicht irgendwo in die Ecke und warten, bis der Kupferpreis steigt. Das findet nicht statt. Ja, das wird verkauft an dem Tag, wo es gefördert wird meistens. Und gut, vielleicht wird es eine Zeit lang gelagert. Ja, ich meine jetzt, kann man ja jetzt nicht wissen. Das macht wahrscheinlich jede Mine so, wie es eh gerade passt. Aber letztendlich hat es mit den Preisen absolut gar nichts zu tun. Es wird das gefördert, was gerade zur Verfügung steht, was man produktiv fördern kann. Und natürlich ist es so, dass dadurch, dass der Kupferpreis steigt, wenn er sich wirklich extrem stark verändert, langfristig auch verschiedene andere neue Kupferminen eröffnet werden würden, wo dann neues Kupfer gefördert wird. Aber da ist es dann auch noch sehr fraglich, ob es da überhaupt ein Silbervorkommen gibt und inwieweit da überhaupt der Preis steigen müsste, damit sich das lohnt, das abzubauen. Und letztendlich, Leute, da braucht man sich jetzt wirklich keine Gedanken drüber zu machen. Das ist ein Preis. Das ist eine Sache, die wieder auf dem Papier irgendwelche Leute an der Wall Street wahrscheinlich beeindruckt, aber effektiv kommt da nicht wirklich viel bei rum. Ich meine, die Silberproduktion ist seit fast einem Jahrzehnt relativ konstant. Und das wird sich vermutlich auch nicht extrem stark ändern, weil es, wie gesagt, nicht so viel Silber gibt, was man gut abbauen kann. Es wird in Verbindung mit Kupfer abgebaut, mit Kupfer und Nickel und solchen Sachen. Und wenn es da gerade kein Silber gibt, dann gibt es das eben nicht. Da wird nicht hinterher gerannt. Und das ist eben auch die große Chance, dadurch, dass wenn die Nachfrage an Silber weiter steigt, auch eben die Preise weiter steigen können, was dann natürlich, wie wir im letzten Video besprochen haben, dann auch wieder einen Anstieg an Produktionsstätten bedeuten würde, aber eben relativ zu dem ansteigenden Preis, der natürlich dann weiter ansteigen würde. Nicht ganz so stark, aber eben stabil. Und das ist eben die gute Sache da dran. Ist es also jetzt so, dass ein steigender Kupferpreis auch effektiv beinhalten würde, dass der Silberpreis fällt? Nein. Hat damit wirklich nichts zu tun. Könnte es möglicherweise, wenn wir in einer Welt leben würden, wo wir bei steigenden Kupferpreisen nur vor die Tür gehen müssten, unsere Schaufel schnappen müssten und dann Kupfer abbauen könnten, dann könnte das möglicherweise so sein. Allerdings ist das nicht der Fall. Deswegen brauchen wir uns darüber nicht großartig weiter Gedanken zu machen. Es ist so, dass Silber definitiv mit Kupfer zusammen abgebaut wird und dass es auch einen Effekt hätte, wenn mehr Kupfer abgebaut werden würde und dort auch weiter Silber zu finden wäre. Das sind aber sehr viele Wäre, Würde und Währens. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Einfach auch deswegen, weil man nicht einfach so die Kupferproduktion erhöhen kann, wie ich euch eben schon erklärt habe. Das findet einfach nicht statt. Die Kupferproduktion wird dementsprechend erhöht, wie man ein Vorkommen findet und nicht wie der Preis sich verändert. Weil es ist ja schön, wenn man jetzt Kupfer unbedingt abbauen will, wenn sich der Preis erhöht. Aber wenn man halt keins findet, dann ist es halt so. Dann kann man sich das auch schenken. Deswegen, Leute, alles gut. Und da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen. Also da kann man sich Gedanken drüber machen, aber man braucht sich keine Sorgen drüber zu machen, weil das das passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Kann sein, dass es jetzt trotzdem passiert, nur weil ich es jetzt beschrien habe und gesagt habe, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich gehe mal nicht davon aus. Und wenn ich falsch liege, so what. Ich habe sowohl Kupfer als auch Silber. Also wen kümmert es? Letztendlich, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet meine Argumentation so ein bisschen nachvollziehen. Gerne wie immer bewerten. Gerne irgendwas an Kommentaren und Fragen und alles Mögliche reinschreiben, antworte ich natürlich wie immer gerne. Natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Und dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.